Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alle haben ihre Plätze gefunden, das ist sehr schön. Ich freue mich auf diesen Abend, ich freue mich, dass Sie da sind. Bitte begrüßen Sie mit mir Margarete von Trotter. Ja, wir eröffnen ja sozusagen heute eine Reihe, nämlich die Carte Blanche-Reihe von Margarete von Trotter. Natürlich ist schon immer wieder die Frage aufgetaucht, heute Abend auch, was ist eigentlich eine Carte Blanche? Eine Carte Blanche geben wir sozusagen an herausragende Persönlichkeiten des Films aus. Und wir bitten die Herrschaften, sozusagen Filme, die sie beeindruckt haben, die sie beeinflusst haben, die lange nachwirken, zusammenzustellen in einer Reihe, die wir dann hier im Kino zeigen. Und auch, das ist besonders wichtig, diese Entscheidung zu begründen. Denn es ist auch klar, wer jemals das erlebt hat, wann immer man nach Lieblingsfilmen gefragt wird oder nach Filmen, die im persönlichen Leben sehr wichtig waren, gibt man ein Stück von sich preis, indem man antwortet. Unter Filmwissenschaftlern ist das ein beliebtes Spiel. Man ist auch immer gespannt darauf, kommt jetzt die hohe Filmkunst, ist da auch der Lieblingsfilm aus der Unterhaltungsschublade dabei, ist das eine Filmauswahl, die eher europäisch orientiert ist oder Hollywood oder gibt es andere wichtige Filmländer, die in so Filmauswahlen vertreten sind. Also, sich über Filme, Lieblingsfilme, Filme, die einem bewegen, zu äußern, bedeutet eben auch ein Stück weit, sich selbst über sich selbst zu äußern. Umso schöner, dass sie das gemacht haben. Und wir sind überaus glücklich. Und jetzt hat jeder von Ihnen eine Broschüre, nur ich nicht. Also, wir sind überaus glücklich, dass Margarete von Trotter die Begründungen hier für Sie zusammengefasst hat. Die Begründungen, weshalb sie welche Filme ausgewählt hat. Ja, auf die Fragen, die ich eben gestellt habe, hat Margarete von Trotter, sagen wir mal, sehr berührende und auch sehr persönliche Antworten gegeben. Sie hat diese Filme und das, was sie für sie bedeuten, auch in eine Verbindung gesetzt zu ihrer Arbeit. Oder sagen wir zu dem, wie sie sich sozusagen auch als Regisseurin, als Künstlerin entwickelt hat. Diese Begründungen gehen zurück in Lebensstationen von Margarete von Trotter. Sie stellen Erinnerungen dar, auch Reflektionen über das Medium. Und ich denke, das ist eine wunderbare Lektüre. Kurz, präzise, konzise und vielschichtig. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Und natürlich, Sie darauf aufmerksam machen, auf die Filme, die in dieser Reihe laufen werden. Die Filme verdienen auf alle Fälle ein neuerliches Sehen, wenn man sie kennt. Oder natürlich die Begegnung zum ersten Mal. Ich denke, das sind wunderbare Empfehlungen, die Ihnen den Weg in unser Kino nahelegen und ebnen werden. Ja, herzlichen Dank dafür. Und herzlichen Dank auch an die Mitglieder des Freundeskreises, des Deutschen Filmmuseums. Ohne eure Unterstützung wäre es eben nicht möglich gewesen, diese Carte Blanche, wie auch andere, und die damit zusammenhängende, auch etwas aufwendigere Reihe zu finanzieren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und eure Hilfe. Margarete von Trotter ist uns ja bekannt als Regisseurin, die sich zu Zeiten des neuen deutschen Films, also etwa zweite Hälfte der 70er Jahre, in der damals, wie übrigens auch heute, von Männern dominierten Filmwelt durchgesetzt hat. Zuvor hatte sie in vielen Filmen ihrer späteren Regiekollegen als Schauspielerin gearbeitet. Also ich persönlich war letztes Jahr hin und weg, als wir hier zum ersten Mal Bahl gezeigt haben von Volker Schlöndorf über ihre darstellerische Leistung, bis dahin, dass ich mir dachte, wie oft haben sie die Szene gespielt, in der sie hinfallen auf so einem Splittasphalt und dann auch noch irgendwie gezogen werden. Und ich dachte, oh du meine Güte, aber das war großartig, das war wirklich, das war ein bewegender Moment, sie in dieser Rolle gemeinsam dann auch noch mit Rainer-Werner Fassbinder zu erleben. Und dieser Film von Volker Schlöndorf, aber auch von anderen, die ganzen Regisseure des neuen deutschen Films, Achternbusch und andere, haben wahnsinnig gerne mit ihnen zusammengearbeitet und wenn man die Filme sieht, weiß man auch warum. Sie selbst haben als Bühnenschauspielerin ebenfalls gearbeitet und unter anderem hier in Frankfurt auf der Bühne gestanden, nämlich 1969 und 70, wenn ich, hm, nochmal? Ja, Gottes Willen sage ich weiter. Um Gottes Willen, aber unsere Archive lügen nicht. Und also 1969 und 70 hier in Frankfurt, was ja auch eine schöne Verbindung ist. Außerdem, ich glaube, in einer ganz aufregenden Zeit am kleinen Theater im Zoo. Ich habe vorhin gesagt, die Durchsetzung in einer von Männern dominierten Filmwelt, ich glaube, der Akt dieser Durchsetzung, eben auch der eigenen künstlerischen Bestimmung, sozusagen das Freischwimmen und aber auch der Mut, der dazu gehört, aus den Konventionen da auszubrechen. All das, auch die Zeit, klingt in den Erinnerungen an einige der Filmwerke an und auch an die Kinoerlebnisse, die mit ihnen verbunden sind, die sie hier in dieser Broschüre für die Carton schildern. Es nimmt nicht Wunder, wenn man diese Biografie betrachtet, dass in Trottas Regiearbeiten ja faszinierende Frauen im Mittelpunkt stehen, also starke, mutige, kluge, wilde, aber natürlich auch verletzliche und zweifelnde Frauen. Und ich zähle die bekannten Titel auf, natürlich beginnend mit die verlorene Ehre der Katharina Blum aus 1975, noch in Co-Regie mit Volker Schlöndorf, dann die eigene erste alleinige Regiearbeit, das zweite Erwachen der Christa Klages. Das war 1977 über die legendäre Pleijerne Zeit von 1981, mit dem ihnen ja auch international dann der Durchbruch gelungen ist. Ja, bis Rosa Luxemburg von 85, 86 oder eben Hildegard von Bingen und heute Abend Hannah Arendt, der Film, den wir eben heute Abend hier im Kino sehen werden. Und ich denke mir, dass Margarete von Trotter selbst eine dieser mutigen und klugen und wilden und auch unangepassten Frauen ist. Jedenfalls hat sie viele Bilder geschaffen von, sagen wir mal, Schwestern im Geiste. Und viele Männer, allerdings hat sie für die Cate Blanche rausgewählt. Also wir finden Vittoria de Sica, Hitchcock, Tarkowski, Bergmann, Truffaut, also die Klassiker des Autorenfilms, die stehen auf dieser Cate Blanche, aber auch Barbara Loden, die früh verstorbene Regisseurin, die sie in ihrem Text als Vorbild bezeichnen. Wolfgang Stautes, Die Mörder sind unter uns, ist übrigens der einzige deutsche Film, den sie aufgenommen haben, das macht ja nichts. Und da kommt so ganz am Schluss diese Frage, naja, Stauter hat doch und die Knef auch und die waren doch während der NS-Zeit und jetzt macht der da 43 so einen Film, in dem man sich eben auch ein Stück weit distanziert oder was ist das, werden sozusagen aus den Tätern Ankläger. Also diese Überlegungen, Reflektionen, die finden sich in diesen Texten, das finde ich überaus faszinierend, so kurz sie auch sein mögen, sie enthalten sehr viel. Und zur Entspannung, das lernen wir jedenfalls zum innerlichen Singen und Tanzen, wie sie es beschrieben haben, gibt es Top Hat mit Fred Astaire und Ginger Rogers und das finde ich auch mal großartig, dass es nicht immer nur die große Filmkunst ist, sondern etwas, was einen tatsächlich beschwingt und aus den Alltagssorgen rausreißt. Ja, sie haben diesen eigenständigen Blick natürlich auch als Filmemacherin auf diese Filme, also sie lernen etwas über Hitchcocks Einfluss auf Truffaut oder das Licht bei Ingmar Bergmann, bestimmte Szenen, die sie nachhaltig beeindruckt haben, die dann auch von ihnen kurz analysiert werden, man merkt immer, da weiß jemand, was die Kartrasch ist und wie sich die Kamera bewegt, also ganz faszinierend in dieser Mischung aus den handwerklichen Beobachtungen, Analysen, den persönlichen Erinnerungen an die wilde Zeit in Paris oder ein Filmfestival in Moskau und immer das, was die Filme für sie an Mehrwert haben im eigenen Leben. Nochmal, ja, jede Auswahl von Filmen ist auch eine Aussage über sich selbst und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns dieses Selbstporträt von sich geschenkt haben. Dankeschön. Ja und jetzt freuen wir uns darauf, Urs Spörri wird noch mehr aus Margarete von Trotter herausholen und erfahren wollen und wir freuen uns auf den Abend mit Ihnen. Sie wissen ja, nach dem Film gibt es danach auch noch die Möglichkeit für Sie als Publikum Fragen zu stellen. Margarete von Trotter ist gerne bereit, sie zu beantworten. Bitteschön. Ja nochmal, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in Frankfurt. Das ist ja wirklich Das ist ja wirklich eine wahnsinnig gemeine Aufgabe, die wir Ihnen dargestellt haben. Das sind 120 Jahre Filmgeschichte und Sie mussten sich 8 aussuchen. Ja, Sie haben mir gesagt, ich darf 12 aussuchen. Er hat sich dann auf 8 beschränkt, weil mehr von den Kopien sind hier nicht vorrätig. Also für die Förderer eine Aufgabe ist eine weitere Kopie. Nein, aber natürlich ist das immer Ich meine, er hat gesagt, sagen Sie mir Karten aus. Ja gut, dann macht man das, ja, schreibt einfach, das ist so ein innerer Fluss dann, der dazu führt, dass man da solche Titel runterschreibt. Und ich habe Ihnen ja auch gesagt, ich hätte genauso gut noch 10 andere Filme oder noch 20. Oder man ist ja von so vielen Filmen beeinflusst und beeindruckt. Und das ist immer irgendwie ungerecht, dass man dann eben nur 8 Filme auswählt. ja, und aber gleichzeitig wählt man sie natürlich gerade, weil ich mir keine Zeit gelassen habe, sondern einfach diese Liste aufgeschrieben habe, ohne viel drüber nachzudenken. Dann kommt natürlich das raus, dass die auch wirklich was mit einem zu tun haben. Jetzt sind das alles Filme zwischen 1935 und der jüngste 1972. Also tatsächlich schon eine ganze Weile her, über 40 Jahre. Woran liegt das? Ist das, dass man in dieser frühen Lebensphase stärker von Filmen auch geprägt und beeinflusst wird? Ist das heute vielleicht gar nicht mehr so möglich, wenn Sie heute einen Film sehen, dass der vergleichbar ist mit Hitchcock Trifaut für Sie? Doch schon, doch schon. Also ich meine, ich bin von Filmen beeindruckt, immer noch beeindruckbar, aber es ist nicht so, dass das dann in mein Leben hineingeht und in meine Fantasie und in das, was ich dann vielleicht irgendwann, das sind alles Filme, die ich gesehen habe, bevor ich selber angefangen habe, Filme zu machen. Und ich glaube, dass viele in mich so hineingesunken sind und ich dann auch Dinge benutzt habe, wo ich im Nachhinein dann erst kapiert habe, natürlich, das habe ich ja aus dem Film oder von dem Regisseur, was mir im Moment, wo ich es gemacht habe, gar nicht so bewusst war. Aber wenn man selber anfängt, Filme zu machen, guckt man auch wieder anders auf die Filme. Also man ist nicht mehr so, dass man das alles so in sich hineinschäffelt und sich einen Schatz anschafft, aus dem man dann agiert, wenn man selber eben agieren darf. Und das hat ja bei mir erst relativ spät eingesetzt, dass selber agieren dürfen. Das stimmt. Wir fangen jetzt mal an mit Ihren Kinoerlebnissen. Und Sie haben ja ausgewählt Imbambini Ci Guadano von Vittorio De Sica 1944. Ein Film, der eigentlich gar keinen deutschen Titel hat, weil er offiziell nie in Deutschland gestartet ist. Sie haben den aber als ersten Film im Kino in Düsseldorf gesehen, als Kind. Ja, und zwar nicht in einem deutschen Kino, sondern in Düsseldorf gab es ein Amerika-Haus. Damals gab es in vielen Städten Amerika-Häuser und die trugen sozusagen die Kultur zu uns hin, weil wir waren ja also Kulturlos und Ex-Nazis und so weiter. Ja, also wir durften ja auch eigene Filme nicht so bedeutende Filme machen. Das war ja die Filmindustrie der Amerikaner, die sollte bei uns also die Hauptindustrie sein. Also insofern konnte man wirklich international wichtige Filme plötzlich in diesen Amerika-Häusern und ich weiß nicht mehr, wie ich da reingeraten bin. Das kann ich überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich war 16, 15 oder 16. Ich war sonst immer nur mit meiner Mutter ab und zu mal sonntags, wenn es geregnet hat, sind wir ins Kino gegangen, aber für uns war Kino keine wirkliche, hatte keine wirkliche Bedeutung. Das war Theater, das war Ausstellung, das war Oper, das war Musik, aber kein Kino. Kino war so Popolo würde man früher sagen. Und da habe ich diesen Film gesehen, I Bambini Ticci Guardano, was ja auch seltsam ist. Ich habe dann das einzige Land, wo ich außer Deutschland Filme gemacht habe, ist Italien. Und dass mich das damals so beeindruckt hat, Die Sika, Sie wissen alle, wer Die Sika ist, der also einer der wichtigsten neorealistischen Filmregisseure ist, der natürlich Filme gemacht hat, die in Deutschland sehr bekannt sind, wie Die Fahrraddiebe oder Das Wunder von Mailand oder Schuscher oder Chichorra oder also dann hat er auch viele Komödien gemacht, immer mit der Sophia Lorraine, aber das war einer seiner ersten Filme, glaube ich, das habe ich dann natürlich im Nachhinein auch erst erfahren. Als ich den Film sah, war ich einfach vom Film beeindruckt und wusste noch gar nicht, dass das so ein wichtiger Regisseur ist, aber ich habe gespürt, dass das ein besonderer Film war. Jetzt waren wir heute gerade in der Filmtheaterausstellung im dritten Stock. Haben Sie auch noch Erinnerungen an dieses Kino oder an Kinos, wo Sie diese Filme sehen? Gerade wenn das so ein erstes Kinoerlebnis ist oder bei anderen, verbindet man das in irgendeiner Form? Nee. Gar nicht? Also, weiß ich nicht, weiß nicht, ob es klein war, ob es groß war. Ich weiß nur, dass ich im Dunkeln gesessen habe. Und also ein Schwarz-Weiß-Film, was ja noch mehr also dem Traum entspricht auch. Also Filme sind ja auch immer wieder Träume. Also man empfängt sie, wenn man im Dunkeln sitzt und dann auf der großen Leinwand empfängt man sie ja auch wie ein Traum, ja. Und deswegen oft erinnert man sich auch gar nicht so gut daran, weil man sich an die eigenen Träume ja auch nicht so gut erinnert, ja. Aber sie beeindrucken einen so stark. Und na gut, also. Der Film heißt übersetzt ja, die Kinder beobachten uns. und tatsächlich ist das Ganze Kinder sehen dich an. Kinder sehen uns an. Die Guardanos sehen uns an, ja. Und das ist eine Geschichte von einem fünfjährigen Jungen, also durch die Augen eines fünfjährigen Jungen eigentlich gesehen, der seine Mutter und seinen Vater sehr liebt. Und seine Mutter hat eine Affäre oder eine Liebesgeschichte mit einem anderen Mann, nimmt ihn aber immer mit. Also er kriegt das irgendwie und vielleicht denkt die Mutter, der ist noch so klein, der kriegt das nicht so richtig mit. Und er sieht das aber, ja. Und es bewegt ihn und er kann aber natürlich nicht darüber sprechen. Es ist ja ein bisschen, wenn Sie sich an Truffaut erinnern, seinen allerersten Film, Sie schlugen und also, ja, Les Quatre Sans Coups, da gibt es auch so eine Szene, wo der kleine Truffaut, also da der Leo, sieht, wie seine Mutter einen anderen Mann küsst, ja. Und er läuft dann ganz schnell weg. Nun kann dieser kleine Junge hier nicht weglaufen, ja. Und die Mutter geht dann erst weg und dann kommt sie aber doch zurück und er hofft so sehr, dass also die Familie wieder beisammen ist und dann kommt der Liebhaber und also es ist keine banale Geschichte, ja. Also es ist nicht so, die Frau wird auch nicht wirklich verurteilt. Die liebt halt den anderen und der anderen liebt sie und der zieht sie immer wieder weg und der Vater leidet darunter. Und dann gibt es da eben eine Szene, die ich auch hier beschrieben habe, wo der Vater, also er hatte eben auch gehofft, dass die Familie jetzt wieder stabil ist und dann geht die Frau eben doch wieder mit dem anderen weg. Und jetzt versucht der Vater aus dem kleinen Kind heraus zu bekommen, ob die Frau wieder mit dem Liebhaber zusammen war, ja. Und fragt ihn, hat sie und hat und so. Und er, man weiß ja, er hat gesehen und er kann es, er will es nicht sagen, er will die Mutter nicht verraten, er will dem Vater nicht wehtun. Und er weiß, dass er dem Vater, wenn er sagt, ja, damit wehtut. Und er hat also dieses Leiden dieses Kindes, ja, der beide Eltern liebt, ja. Und der Vater, der ist dann doch irgendwie aus jedem raus und der aber auch leidet. Also zwei Leidende, die da also ganz in Großaufnahme gegenübergestellt werden, ja. Und dann merkt natürlich der Vater, dass das eben so ist und danach bringt er sich um. Also das sind die beiden letzten Großaufnahmen. Und das muss mich wohl damals so beeindruckt haben, dass ich genau, vielleicht habe ich mich mit dem Kind identifiziert. Oder aber mit der Frau, weil das ist ja tatsächlich schon eine sehr emanzipierte, selbstbestimmte Frau, die zumindest in sexueller Hinsicht das schafft, dann wirklich ihr eigenes Leben zu leben. Mit 16 hatte ich überhaupt noch keine Erfahrung. Also insofern weiß ich, wusste ich noch gar nicht. Aber hier ist die erste starke Frau, Isa Polan. Naja, die starke, aber auch also auch schwach. Ja, aber sie tut eben sowohl dem Mann als dem Kind sehr weh. Ja. Und zum Schluss in der letzten Szene, der, nachdem eben der Mann tot ist und so, will sie das Kind wieder aufnehmen oder zu sich nehmen und er weigert sich. Ja, er will nicht mehr mit der Mutter gehen, was auch wieder für ihn sicher schmerzlich ist und auch für die Frau. Also die Folge eines solchen Verhaltens ist, der Mann bringt sich um und das Kind wendet sich ab. Das ist die Botschaft. Naja, das Kind kommt zu, wie damals also in Italien war, war dann, also was, was war die, was war die Zuflucht war, das Kloster und ja. Kommen wir von Italien nach Deutschland. Wir haben gerade gehört, der einzige deutsche Film, den Sie ausgewählt haben, Die Mörder sind unter uns. Wolfgang Staute 1946. Auch da eine starke Frau im Mittelpunkt, die als erstes da ankommt. Hildegard Knef aus der Masse sticht sich schon direkt hervor im ersten Bild und die auch nur dann am Ende durch ihr beherztes eingreifende Tragödie verhindern kann. Was macht eine Frauenrolle, wie sie hier auch dargestellt ist, die verändert einen solchen Film ja ganz extrem auch. Und noch dazu in so einer Handlung, also ich finde, das wird ein besonderer Film auch gerade durch diese Inszenierung und die Darstellung der Frau. Hat Hildegard Knef sie auch in irgendeiner Weise, hat Ihnen die was bedeutet, als Sie das gesehen haben? Ja, ich habe das eigentlich eher so unter dem Aspekt Trümmerfilm, wie man das, bezeichnete man ja dann die Filme, die direkt nach dem Krieg gedreht worden sind und eben zum Teil in Berlin. Es gibt auch einen, der in Frankfurt spielt. Ich erinnere mich nicht mehr an den Titel, aber es war ein amerikanischer Film, der auch hier direkt nach dem Krieg, genau, Berlin Express. Also diese zerstörten Städte, ja, dass, der Rossellini hat ja dann auch Germania no zero in Berlin gedreht. Das war eigentlich das Thema für mich. Und ich, also jetzt habe ich nicht so, man muss mich nicht nur auf die starken Frauen, sondern das war also deutsche Geschichte für mich. Und das erste DEFA-Film, der erste Film überhaupt, der nach dem Krieg auch über die deutsche Vergangenheit erzählte. Und ich habe dann viele andere Filme auch noch gesehen, andere sogenannte Trümmerfilme, weil als ich besonders dann nochmal, weil Sie sagen, ich habe gar nicht mehr die Filme nicht nochmal angesehen, aber ich habe mir alle Filme nochmal angesehen, bevor ich Rosenstraße gemacht habe. Rosenstraße spielt 43 in Berlin, ja. Und die Maria Schrader kommt heute nach Berlin zurück und will einfach begreifen, was damals passiert ist. Und da hatte ich ursprünglich die Idee, dass sie sich einen Teil aus Mörder sind unter uns anschaut. Eben auch gerade wegen der Zerstörung und alles, um zu begreifen, was war das denn für eine Stadt, ja, während des Krieges oder kurz nach dem Krieg. Sie als Kind auch erlebt haben in Berlin. Ich bin in Berlin geboren und meine ersten Erinnerungen sind Trümmer und sind Ruinen. Und ich sage immer, wenn ein Kind in Rom oder Paris oder so geboren wird und mit seiner Mutter durch die Stadt geht und dann erlebt es Geschichte, ohne zu wissen, dass es das ist, ja. Also an der Architektur, an allem, was es sieht, begreift es, was in diesem Land kulturell und geschichtlich passiert ist. Und natürlich noch völlig unbewusst, weil ich weiß es ja noch nicht. Und was habe ich erfahren können? Eigentlich nur Zerstörung, ja. Also ich habe nichts, ich habe von Deutschland, Deutschland war gleich Zerstörung, ja. Aber das bleibt, das ist etwas, was einen begleitet, auch wenn man dann nachher weiß, Goethe und Schiller und was man dann an alles lernt und was man alles an sonstiger Kultur und an wirklichen, Musik und was. Aber als kleines Kind, das ist doch wichtig, was da auf einen zukommt. Und das wollte ich halt, ist mir bei Mörder sind unter uns so begegnet gleich, weil das sofort anfängt mit den Trümmern, ja. Er kommt aus dem Krieg und geht durch diese Trümmerstadt. Trümmerstadt. Und dann natürlich auch, dass einer für mich der wenigen Filme ist, wo gewagt wird, einem Deutschen wirklich als Massenmörder zu zeigen, ja. Der das verdrängt, der ein netter Mann ist. Also eigentlich, was ich mit Hannah Arendt dann Banalität des Bösen, das ist absolut der Prototyp, ja, der in Russland die Leute umbringt und dann zurückkommt aus dem Krieg und eine Fabrik wieder baut und sogar also eine Weihnachtsfeier macht und für seine Mitarbeiter da ist und eine Familie hat und also alles so, als ob gar nichts geschehen wäre. Und das ist ja doch, was vielen Deutschen so passiert ist, dass sie eben so getan haben, als sei nichts geschehen und dass der Staute diesen Mut gehabt hat, das so zu benennen, ja. Hat ja meine bleibende Zeit, alle meine Filme spielen eben auch darauf an, ja, dass die Deutschen immer versucht haben zu vergessen und zu verdrängen. Und nur wenige haben sich dagegen gewehrt. Er hat ja auch gesagt, das war für ihn eine innerliche Befreiung. Interessant finde ich aber, wie es im Ausland aufgenommen worden ist, gerade weil sie ja dann auch irgendwann ins Ausland gegangen sind. Frankreich nämlich konnte mit dem Film anfangs sehr, sehr wenig anfangen, weil man gesagt hat, die Deutschen, warum machen die jetzt überhaupt Filme? Das ist sowieso amoralisch in diesem Sinne. Und die haben auch gesagt, dass die Schwäche des Filmes in der Schwäche des Anklageaktes des Filmes liegt. Während zum Beispiel die Briten gesagt haben, also die haben das wirklich auch sehr differenziert gesehen, haben dann auch gleich gesagt, ich habe hier ein schönes Zitat aus dem Sunday Express, was immer die Deutschen weiterhin machen werden. Sie sind nach 15 Jahren wohlverdienter für Filmungen in den Kinos mit einem Film wieder erschienen, der einen erschüttert. Und das stimmt auch wirklich. Dieser Film auch heute noch, wenn sie ihn im Kino sehen werden, ist faszinierend, auch visuell unglaublich stark, wie der mit Perspektiven spielt. Ja, aber ich meine, sehr stark. Ich meine, stark für unsere Geschichte und dass da jemand eben sich an diese Geschichte auf diese Weise ranwagt. Auf der anderen Seite, der ist 45 gedreht. Imbambini Ciguardano ist 43 gedreht. Ja, und die Machart ist so unterschiedlich. Also der Staute kommt wirklich noch so aus dem Expressionismus, aus dem Uferfilm her und so. Und auch die Schauspieler, die einzig, die eine moderne Art zu spielen hat, ist wirklich die Knef. Und was Sie eben angedeutet haben, also natürlich hat mich, die kommt aus dem Konzentrationslager. Ich weiß, also mein Sohn ist Dokumentarist, der hat einen Film über die junge Knef gemacht und hat also gezeigt, dass sie mit einem Nazi-Uferboss liiert war und natürlich als Schauspielerin natürlich auch gehofft hat, dass sie da Rollen bekommt und so weiter. Also die hat sich ziemlich angepasst verhalten. Und kaum war der Krieg aus, spielt sie dann eine, die aus dem Konzentrationslager kommt. Also ach, das macht mich immer ein bisschen nicht traurig, aber so eine kleine Abwehr habe ich da als Gefühl, dass man das einfach so kann als Mensch und als Schauspieler. Das einfach so, ja, genau wie der Viktor Stahl oder Viktor de Stahl, wie hieß er, der auch also fleißig mitgemacht hat bei den Nazis und sogar also einen Propagandafilm gemacht hat und auch in einem dieser Trümmerfirme, die in München spielen, einen Widerstandskämper gespielt hat, ja, der also weg musste aus Deutschland. Da denke ich immer, wie haben die sich gefühlt? Ich meine, man kann immer sagen, ja, Schauspieler wollen nur spielen und es ist ganz egal, was und wie. Und da haben wir eben mit aufgehört. Also in unserer Generation 68 und danach, also unsere, den neue deutsche Film, da hätte kein Schauspieler das mehr gemacht, ja. Was ich ganz toll finde, als diese Liste durch war und ich die Filme besorgt hatte, dann kamen sie, ach, eigentlich ist das wirklich alles unfair, was ich da gerade gemacht habe und haben mir eine doppelt so lange Liste nochmal geschickt. Und deswegen ist das auch unfair, wenn wir sagen, da ist nur ein deutscher Film dabei, weil auf dieser Nachrücker-Liste sind ganz viele deutsche Filmemacher dabei und vor allen Dingen mehrfach lang Murnau und Lubitsch. Und was mich ja da aufgefallen ist, dass die meisten der genannten Filme von den dreien dann aber erst die sind, die im Ausland gedreht worden sind. Tja, komisch. Naja, also Dubarry ist hier gedreht worden. Klar, aber Sunrise haben Sie genannt, Hangman Also Die, Angel, Ninojka sind alle. Gut, aber ich habe auch... Ja, Sie haben auch noch der letzte Mann, Dr. Marfuse. Ja gut, das sind ja alles großartige deutsche Regisseure gewesen oder Österreicher, die dann aber weggegangen sind. Ja, und die eben auch noch gute Filme, Gott sei Dank, gemacht haben, nachdem sie weggegangen sind. Ganz andere, was ja zum Beispiel Fritz Lang ist ja sehr spannend, was er in Deutschland für Filme gemacht hat. Dann ist er nach Amerika gegangen und da hat er sich wirklich angepasst, aber nicht in einem schlechten Sinne, ja, was ihm der Brecht ja dann auch vorgeworfen hat, dass er so amerikanisch geworden ist. Aber er hat halt verstanden, ja, sich da auch mit seiner ganz starken künstlerischen, auch individuellen Art, aber trotzdem dem amerikanischen Film anzupassen. Das finde ich schon großartig. Absolut. Ich möchte auch Ihnen noch gerne sagen, wer noch auf der Liste stand. Also einfach nur die Namen. Da sind auch die Marx Brothers dabei. Claude Schabroll, Pierre Paolo Pasolini, Ettore Scola, Antonioni, Kurosawa, René, viele, viele tolle Namen, die wir jetzt in dieser Reihe nicht haben, weil man sich dann irgendwann doch festlegen muss. Nee, ich kann ja mal eine Hunderttappe. Eine Jahreskarte-Bloche. Nein, aber gerade, was Sie Lubitsch sagen, also jetzt will ich Ihnen noch mal eine Szene von Lubitsch aus Angel, steht nicht auf meiner Karte jetzt, aber hätte auf den können. Der Lubitsch konnte ja so wunderbar erzählen, indem er was wegließ. Also bei Angel. Haben Sie mal Angel gesehen von ihm? Irgendjemand? Nein. Also Marlene Dietrich ist verheiratet mit einem Mann, der aber unglaublich beschäftigt ist, fährt nach Paris, trifft da einen anderen Mann, in dem sie sich verliebt. Er verliebt sich in sie. Also es ist ein wunderbarer Moment der Liebe. Aber sie sagt ihm natürlich nicht, wer sie ist und reißt ab und er trauert irgendwie nach. Dann sind sie wieder in England und der Mann, ihr Ehemann, sagt ihr, heute Abend kommt ein alter Freund, wir waren zusammen im Krieg, bitte, der kommt. Und du kennst ihn zwar noch nicht, aber ja. Und dann erscheint natürlich genau der Mann, den sie in Paris, ja. Und beide wissen nicht voneinander. Und da ist eben dieser Moment, dieser Erstarrung. Und der Ehemann merkt gar nichts. Und... Naja, ich meine, da konnte ich das... Die haben das ja auch gut gespielt, haben ja nicht gleich gezeigt. Dann kommt eine Szene, wo sie zusammen zu Abend essen. Und man ist nicht beim Abendessen dabei. Man ist vor der Tür, die Diener, die das Abendessen reingebracht haben, und auch wieder rausholen. Also eine Szene auf dem Gang. Der erste Teller kommt raus. Nichts ist gegessen. Alles ist noch drauf. Die sagen sich, um Gottes Willen, haben wir irgendetwas falsch gemacht? Haben wir irgendwas... Ja, nächste Teller kommt raus. Wieder nichts gegessen. Alles drauf. Ja. Und dann, um Gottes Willen, also irgendwas haben wir da... Weil es kein Gift ist, ist doch nicht... Dritte Teller kommt raus. Alles aufgegessen. Ehemann hat nichts gemerkt. Der hat alles gegessen. Und die beiden, die so sind, konnten nicht essen. Das ist Lubitsch-Touch. Und das hat er in jedem Film, können Sie das irgendwie immer wieder finden. Wunderbar. Sie haben auch gerade Paris schon angesprochen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, Sie haben Ihre kleine Liste, die Sie uns geschickt haben, unterteilt in drei Blöcke. Der erste war ein Einzelding, Ibarmini Ciguardano. Dann kam Meine Zeit in Paris als Überschrift und dann Später. Ah ja? Ja, so hat sie das in der ersten Mail an mich geschrieben. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil aus dieser Meine Zeit in Paris sind jetzt zwei Filme übrig geblieben. Und das sind Vertigo und La Poduce, also Hitchcock und Refau. Nee, und Bergmann. Nee, aber da hatten Sie nur das siebte Siegel gesehen und den Frischereienflüstern später. Das stimmt, aber Bergmann habe ich entdeckt. Genau, klar. Ja, in Paris. Aber reden wir jetzt erstmal über Vertigo und La Poduce, die süße Haut. Die beiden hängen ja auch irgendwie miteinander zusammen. Hitchcock und Refau haben sich ja sehr beeinflusst auch. Nein, nicht stimmt. Ja, oh, naja. Hitchcock habe ich nicht beeinflusst lassen, aber Refau natürlich schon. Der hat ja das berühmte Buch geschrieben. Sie haben dies gemacht. Also das ist ja, wenn man Hitchcock mag und wenn man auch Refau mag, ist das also ein Muss, dieses Buch zu lesen. Sie haben die Nouvelle Vague vor Ort erlebt, sozusagen. Ja, aber ich habe auch Hitchcock erlebt und ich muss einen, also wir haben ihn einmal getroffen, Volker Schlöner von ich, da hat er Francie, nee, nicht Francie, doch Francie in München vorgeführt. Da kam er an und wusste, wie man das eben macht als Regisseur irgendwie und er hatte gar keine Lust, er war also, ach, und der Verleih hat uns dazu geholt, Volker und mich, weil die wussten irgendwie, mögen wir Hitchcock, das wusste Hitchcock aber ja nicht. Also erst mal waren wir für ihn eine Quantität negligible, obwohl er mich so ein bisschen so, ich war blond und jung, also passt nicht irgendwie so in sein Schema rein. Da gibt es auch ein Foto, wo er mich so richtig so, ja. Gut, dann hat der Verleih unbedingt gewollt, dass wir hinterher noch essen gehen mit ihm und er war auch am Anfang, ja. Und dann hat er gemerkt, dass wir seine Filme kennen. Und da passierte irgendwie ein bisschen so wie mit Truffaut, ja. Also wir konnten ja alle filmen und wir konnten auch ihm, und da wurde er lebendig und lebhaft und hat uns alles nochmal genau, wie er dem Truffaut erzählt hat, genau gesagt, das habe ich so und so gemacht, haben Sie das gesehen und wie und so, ja. Und seine Frau saß draußen im Auto und schickte immer einen Diener rein, zu sagen, also er sollte jetzt kommen, dann sollst du doch alleine fahren. Und er war da und hat das so genossen, dass wir seine Filme so gut kannten, ja. Ja, das war, und das, na klar, ich meine, aber da hatten wir sie schon, das war nicht da. Vertigo habe ich ja vorher gesehen. Warum gibt es keinen Hitchcock mit Ihnen? Ja. Ja, ja. Müssen wir mal so stehen. Ja, okay. Ja, eben, und Karin Dorr ist jetzt bei mir wieder in meinem neuen Film mit drin. So schließt sich der Kreis. Aber was ich auch noch toll finde, Sie haben ja eine ganz wunderbare Theorie zu Hitchcock aufgestellt. Wollen Sie sie uns noch mal erzählen? Nein, also ich meine, das war eben Anfang der 60er Jahre, wo ich also auch Bergmann zum ersten Mal gesehen habe und Hitchcock. Und ich war befreundet mit jungen Franzosen Studenten, die auch alle Nouvelle-Vague-Anhänger waren. Also Nouvelle-Vague war ja Ende der 50er Jahre, fing das an und ging dann die 60er Jahre rüber. Und die waren also alle total filmbegeistert. Und durch die bin ich auch immer in die Kinos und Cinematik und so weiter gekommen, ja. Die haben mich da reingeholt. Und das Schöne war, damals in Paris konnte man für ein Ticket oder für ein Billard konnte man den ganzen Nachmittag drin sitzen bleiben, ja. Und wir haben dann also Filme manchmal zwei-, dreimal hintereinander gesehen. Das war die einzige Art, damals eben auch was zu begreifen. Heute nimmt man eine DVD und guckt und kann vor und zurück. Das ist natürlich viel einfacher, heute zu begreifen, wie ein Film gemacht wurde. Also da, wir alle waren also sowohl Bergmann als auch Nouvelle-Vague, aber auch eben Hitchcock-Fans und haben gleichzeitig Freud gelesen. und haben dann eine Theorie entwickelt. Also wir hatten einen, der war so der Super-Kopf- und Intellektueller bei uns. Und der hat dann das also so interpretiert, die Filme von ihm, dass immer der Mörder und der Unschuldige im Grunde dieselbe Person sind, ja. Und also im Grunde eigentlich eher jung als Freud, ja. Wenn man weiß, wie jung, also die Anima oder Schatten und Licht. Und das habe ich, glaube ich, auch dann für meine Filme übernommen. Also diese zwei Personen, die eigentlich auch eine sein können. Und gut, ich habe das in meinem, was Sie vielleicht dann mal lesen, in Fenster zum Hof ist das also ganz deutlich, dass James Stewart sitzt da also in seinem Rollstuhl und kann sich nicht richtig bewegen. Und Brace Kelly kommt und so und will eigentlich, dass er sie heiratet, ja. Und er will aber nicht so richtig. Und dann geht sie rüber, der in dem Moment, also wo es klar wird, sie will unbedingt, dass er sie heiratet, wird im Fenster, also auf der anderen Hofseite eine Frau ermordet von einem Mann. Man sieht nicht, wie er sie ermordet, aber sie vermuten, dass er sie ermordet hat. Und um das rauszukriegen und zu beweisen, geht dann Brace Kelly rüber, Sie kennen ja sicher alle den Film, weil er kann ja nicht, weil er also im Rollstuhl ist, und findet den Ehering von dieser toten Frau. Das ist natürlich der Beweis, dass sie tot ist oder dass sie ermordet worden ist. Und da gibt es eine, da steckt sie sich den Ehering an, ja, so, und dreht sich zu ihm um, weil er guckt ja von der anderen Seite auch noch mit dem Zoom, ja, so, den Ring, und man sieht nur ihre Hand, aber mit dem Ehering der toten Frau. Ja, und das war für uns der Beweis. In dem Moment ist die Tote sie, ja, das heißt also, sein Wunsch, dass er eigentlich sie eben nicht heiraten will und sie eher tot sehen würde, ja, so, das haben wir uns so interpretiert. Und was natürlich, kein Mensch ist uns da gefolgt. Aber so haben wir versucht, jeden Film zu analysieren. Ich finde es großartig, muss ich sagen. Was mir auch aufgefallen ist, beim Sehen aller acht Filme, dass da, ich habe mir die alle nochmal anschauen dürfen, dafür danke, und ich habe da ein paar Themen gefunden, die tatsächlich fast immer wiederkehren. Und ich würde sie ganz gerne jetzt mal, losgelöst von den Filmtiteln, eher auf die Themen ansprechen. Ja, ja. Klar, die emanzipierten Frauenfiguren, über die reden wir jetzt nicht, da haben sie schon viel gesagt, aber was ich spannend finde, ist auch zum Beispiel, es geht eigentlich in jedem Film, fast jedem, um Leben und Tod an irgendeiner Stelle. Es ist immer Leid und Tragik oder eine schicksalshafte Begegnung dabei, also ganz existenzielle Fragen. Ist das Zufall? Oder ist das so ein Thema einfach, das sie besonders ansprechen? Das habe ich jetzt gar nicht so mir durchgedacht. Nee, das ist klar, das ist mir nur aufgefallen. Ja, ja. Aber was mir, nachdem ich das jetzt Ihnen geschrieben habe, auch wieder aufgefallen ist, bei Vertigo ist ja so, dass am Anfang die Kim Nowak eine Frau spielt, die sie nicht ist. Also eigentlich ist sie ja die Mörderin der anderen, der wirklichen Frau, die sie darstellen soll. Und dann im zweiten Teil versucht er, die wirkliche Frau, aber so hinzubiegen und sie so zu überzeugen, dass sie sich anzieht, kleidet, frisiert und so weiter, wie die Frau davor. Also die eigentlich Tote, die aber ja gar nicht tot ist. Also sehr kompliziert. Aber dass er versucht, sie nach einer Toten zu modellieren. Und das habe ich in Schwestern oder Balance des Glücks, in meinem zweiten Film, kommt die Schwester um, sie bringt sich um bei mir. Und dann die Jutta Lampe, die ältere Schwester, sucht sich eine Sekretärin, die sie dann zu sich holt und versucht, sie umzumodeln, damit sie ihrer Schwester ähnlich wird. Und das habe ich damals geschrieben und gemacht, ohne wirklich daran zu denken. Und jetzt, als ich das da nochmal wiedergeschrieben habe, dachte ich, mein Gott, das hast du doch wirklich abgekupfert, ohne zu wissen. Ja, also man hat gewisse Thematiken, die hat man dann so veränderlicht, dass man sie irgendwie in einem eigenen Film darstellt, ohne zu wissen, woher man es hat. Gleichzeitig sind das, obwohl da so existenzielle Fragen drin sind, immer nur so kleine Tragödien, also nicht die ganz große. Eher so kleine menschliche Abgründe wie Eifersucht oder so ein Betrug oder so. Und die führen dann zu dem Unglück, das dann eventuell auftritt. Also das fand ich auch schön, weil es ist, ich muss ja sagen, ich habe dabei ein Müsli gegessen bei einem einen Film und da war Schokolade drin und das war zartbitter. Und ich fand, das verstärkt gerade total den Eindruck dieser Filme. Zartbitter war der Geschmack, der zu den Filmen passt. Können Sie das unterschreiben? Naja, Sie müssen hier so eine Art Müsli vertreiben. Ich habe die Marke nicht genannt. Anstatt Popcorn, Müsli mit einem... Ich habe es nicht im Kino gegeben, das muss ich dazu sagen. Das war zu Hause. Gut, aber was ich noch sagen möchte, auf visueller Ebene, ganz viele besondere und ungewöhnliche Einstellungen, die man sieht. Kameraführung und vor allen Dingen in jedem Film Großaufnahmen. Großaufnahmen an ganz zentralen Stellen. Am Anfang dachte ich noch, ja okay, das ist jetzt vielleicht so ein Zufall, aber das ist wirklich etwas, was sich durch die komplette Carte Blanche zieht. Was macht die Großaufnahme für Sie in dem Film aus? Ja, Großaufnahme aber auch zum Beispiel gerade bei Vertigo. Also diese, das hat er ja erfunden. Ja, den Vertigo-Effekt. Ja, dieses Kamera-Zurück-Fahren und Zoom-Voraus. Und das gibt also ein ganz Besonderes. Und das hat er, gut, das hat er dann an einem Modell gemacht. Erst wollte er das richtig in einem richtigen Turm oder in einem... Natürlich ist das ja alles Studio. Und also mit einer richtigen Kamera und dann wäre das so teuer geworden. Und dann ist er auf die Gedanken gekommen, das an einem Modell zu machen. Aber dieses Zweifache, also zurück und vor, Ja, das habe ich dann auch zweimal gemacht in zwei Filmen. Das ist einfach ein ganz unglaublicher Effekt. Also man kann es so machen wie in Vertigo, wo es dann also wirklich, wo man das Gefühl hat, man stürzt. Aber man kann es auch so machen, dass die Einstellung fast gleich bleibt. Ja, also man fährt zurück mit der Kamera und gleichzeitig geht man in derselben Weise mit dem Zoom voraus, sodass die Einstellung eigentlich immer gleich bleibt. Aber sie bekommt so einen ganz unrealistischen, vagen Klang. Ja, sagen wir mal, das ist zwar kein Klang, aber so, man wird verunsichert. Ja, und das stammt auch von Hitchcock. Oder aber, was ich da auch sage, in Vertigo gibt es so subjektive Kamerafahrten, dass ein Mensch geht, aber man sieht ihn nicht, man sieht nur seinen Blick. Und die Kamera wird zu seinem Blick. Und das sind also dann besonders spannende Momente, gerade bei Hitchcock, wo man dann nicht weiß, wo kommt man an. Ich hatte bei der Großaufnahme auch noch daran gedacht, Sie haben ja als Schauspielerin angefangen. Und als Schauspielerin freut man sich über jede Großaufnahme. Ich nicht. Das nehme ich hier nicht ab. Ich nicht unbedingt. Und Sie haben auch zwei Filme ausgewählt, wo das, finde ich, das Schauspiel eine große Rolle spielt. Eben vor allen Dingen Wanda, wo Sie auch sagen, da ist ein sehr persönlicher Vergleichswert auch da. Barbara Loden war verheiratet mit Elia Kazan, dem großen Regisseur seiner Zeit. Und war bei ihm auch Schauspielerin und schafft ihre erste Regiearbeit. Und gleichzeitig, ich möchte gerne den zweiten Film noch dazunehmen. Ja, aber das Tolle ist ja bei ihr, entschuldige, darf ich mal kurz? Ja, bitte. Also, Wanda ist ein Film, den man in Deutschland, glaube ich, kaum kennt. Wollte ich, genau. Ich habe ihn in New York gesehen, Anfang der 70er Jahre. Wann hat sie den gemacht? 72. 71. Ja, also zwei Liter, so um die Zeit, warum werde ich ihn gesehen haben. Und sie hat eben, war Schauspielerin, hat vorher viele Filme auch mit ihrem Mann gemacht, Elia Kazan, als Schauspielerin. Und das war ihr erster Film als Regisseurin. Und der einzige, weil sie danach gestorben ist. Und ich habe, Elia Kazan hat über sie ausgesagt, dass sie eben viele andere Pläne hatte und sicher das auch sehr gut gemacht hätte. Aber sie hat in ihrem eigenen Film gespielt. Das habe ich nie gemacht. Warum? Nein, weil für mich war, das Endziel war, Regisseurin zu werden. Ja, als ich den ersten Film von Bergmann, das siebte Siegel gesehen habe, das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, irgendwann möchte ich einen Film machen, möchte ich das machen können. Das hat lange gedauert. Als ich es dann konnte, also als ich meinen ersten Film als Regisseurin gemacht habe, hat mich Schauspielerin nicht mehr interessiert. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht beides. Ich kann nicht nach außen gucken und nach innen. Also als Schauspielerin ist man ja bei sich selbst. Man sieht zwar die Partner, aber man muss das alles aus sich selber entwickeln. Und als Regisseur muss man gucken. Immer gucken, gucken. Also wie macht man das zusammen? Es gibt ja viele, die das können. Also ich habe mir das nicht zugetragen. Außerdem hatte ich das dann auch, das war abgeschlossen für mich, das Thema. Aber sie hat mir natürlich Mut gemacht, dass da eine Frau war, die Schauspielerin war und das geschafft hat und auch noch mit so einem super Regisseur neben sich. Das ist ja auch nochmal ein Challenge, was man nicht so unbedingt vielleicht übersteht. Sie sagt auch selber nach Wanda, dass diese Figur stark sei wie sie selbst und immer auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Und sie war das, was andere von ihr erwarteten immer vorher. Und dagegen hat sie sich aufgelehnt. Also eine ganz spannende Parallelität. Ah ja, 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 genau. Ich bin ja immer geschlagen worden in meinen Filmen, dass sie eben sagten, ich habe immer Rollen gespielt, wo ich eigentlich ganz anders war, als ich es im Leben. Im Leben habe ich gekämpft, war rebellisch, ich habe mich gewehrt. Und da wurde ich in meinen Dreck geschmissen und wurde geohrfeigt und wurde gedemütigt. Und im Fangschuss zum Schluss erschossen. Und ja, also irgendwie war es nicht so das, was ich von mir selber als Bild hatte. Tophead fällt aus der Reihe raus, wir haben es schon gehört. Sie haben gesagt, das ist besser als jedes Antidepressivum. Ja. Nein, ich meine, ich liebe diese Singing and Dancing Filme. Das ist ja auch ein Genre, was wirklich die Amerikaner erfunden und entwickelt haben. Vielleicht nicht erfunden, es gab natürlich auch Woodville und so in Frankreich. Aber diese Art von Filmen. Und ich habe das auch zuerst mal in Amerika gesehen und war so begeistert von dieser Art Filme, dass ich mir sofort so Steppschuhe gekauft habe. Und auch, ich habe ihn als Rolle noch gespielt für Strohfeuer. Und da gibt es Szenen, wo ich also versuche zu steppen. Und ja, also weil das war einfach eine Entdeckung, dass man auf diese Weise sich beleben kann. Und man ist ja also in einem bestimmten Lebensalter, wo man auch noch so nicht so das erreicht hat, was man will und auch noch gar nicht weiß, wird man und so. Und dann sieht man so einen Film und man ist einfach erleichtert. Man kann, ja. Und dieser Tophead ist, es gibt die anderen zwei, das ist jedes Mal von Mark Sandridge Regie geführt. Und da gibt es also Gay Divorcee und Shelby Dance, alle drei, Mark Sandridge, alle drei großartig. Alle drei natürlich, also mit Ginger Rogers, Fred Astaire. Ginger Rogers habe ich auch irgendwann mal getroffen. Die wollte überhaupt nichts mehr von Singing und Dancing hören. Bloß nicht. Sie wollte nur ernste Rollen spielen. Und der Daniel Schmidt und ich, wir haben sie beide also getroffen auf dem Festival. Und wir wollten ihr gleich was vorsingen. Im Film sagt sie den schönen Satz, eine raffinierte Frau kann jedem Mann gefährlich werden. Das hat Ihnen bestimmt auch gefallen. Nein, aber das Schöne ist, wenn Sie den Film sehen werden. Also es geht ja immer, es läuft immer irgendwie im selben Genre ab. Also Fred Astaire verliebt sich in sie und sie aber zirrt sich und will nicht und ist in irgendeiner Weise dagegen und so weiter. Und er muss also um sie werben. Und dann kommt die erste Tanz- und Gesangsszene und da tanzen sie erst mal ganz weit weg voneinander. Ja, und dann nähern sie sich irgendwie und zum Schluss tanzen sie eben doch zusammen. Cheek to cheek. Ja, und das ist einfach, was immer so wiederkehrt. Und dann gibt es auch die Nebenrollen, die auch immer wieder dieselben sind. Edward Everett Horton zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsschauspieler aus der Zeit. Das ist so ein Doubletaker. Also Doubletaker nennt man, wenn jemand, also du sagst ihm irgendeinen Satz, der kein Kompliment ist. Er nimmt es aber als Kompliment, sagt so und dann geht er und sagt, aber dann hat er es begriffen. Das war ja gar kein Kompliment. Ja, also diese zwei verschiedenen Reaktionen und das nennt man Doubletaker. Und das kann der so wunderbar. Am Ostersonntag haben wir ihn programmiert. Das ist doch ein schönes Programm, glaube ich. Ja, und dann kommen wir noch zu den letzten beiden, die Sie ausgewählt haben. Auch die stehen in einem Zusammenhang. Tarkowski und Bergmann. Andrei Rubeljow und Schreie und Flüstern von Ingmar Bergmann. Die beiden haben sich auch sehr geschätzt, habe ich gelesen. Ja. Und Sie haben beide getroffen. Das ist doch auch was Besonderes. Ja, Tarkowski haben wir noch in Moskau. Das war damals sehr schwierig, weil die Sowjetunion wollte ja immer nur, dass, wenn man da eingeladen, man hat auch Filme gezeigt, aber man hat immer nur die offiziellen Menschen treffen dürfen. Ja, also die genehm waren. Und Tarkowski war nicht genehm. Und wir haben es aber irgendwie geschafft, ich erinnere mich auch nicht mehr wie, aber über drei Ecken, ihn dann an einem Abend ihm zu begegnen. Und leider hatten wir natürlich immer nur die Möglichkeit, über eine Übersetzerin zu. Und man wusste natürlich auch nie, was übersetzen die. Also ich hatte immer das Gefühl, übersetzen nicht alles. Aber gut, wir haben ihn wenigstens gesehen und einen Abend miteinander verbracht, aber dann so viel getrunken. Naja, das ist bei den Russen so. Da muss man einfach, ja. Und am nächsten Tag lagen wir beide total krank im Bett, Volker und ich und Konz, muss nicht mehr rühren, aber, und ja, und ich habe ihn dann auch nochmal, also in Italien nochmal, also der hat sich ja sehr, der war ja eigentlich ein, der Filmemacher überhaupt zu der Zeit und trotzdem war er den Russen oder den Sowjets damals nicht genehm. Und sie haben immer versucht, seine Filme zu unterdrücken. Dann mussten sie sie trotzdem zeigen, aber es war also, ja, und der ist eigentlich nur dadurch, dass er einen Preis in Venedig bekommen hat für einen Film. Ich glaube, das war der erste, Ivans Kindheit. Und dann auch in Cannes, dadurch hat er dann überhaupt, konnte man nur Druck ausüben, dass seine Filme gezeigt wurden. Aber André Rubloff, also schon wie der Film anfängt, wenn Sie sich den anschauen, mit dem Ballon, der hochgeht, Mittelalter, 1400. 1800, ja, also und da, also ein Mönch, der das erfunden hat, dass man da hochgehen kann, der natürlich dann irgendwann abstürzt, aber immerhin ein bisschen fliegt und vor die Landschaft von oben sieht, ja. Also etwas ganz Ungewöhnliches im Mittelalter und dieses Wagnis, was der auch eingeht, was dann eben auch der Tarkowski eingegangen ist und auch André Rubloff im Film, ja. Also das ist immer auch wieder der Künstler und die Gesellschaft und das, was ihn umgibt und wie reagiert er und geht er unter oder gibt er klein bei oder verstummt er, weil er so bedrängt wird von der Wirklichkeit, dass er gar nicht mehr zu sich selber steht und zu seinen eigenen Talenten oder will er eben doch seine Kunst und das hat ja Tarkowski gemacht, obwohl er dann zum Schluss weggegangen ist, weil er es nicht ausgehalten hat, ja. Kann man Ihnen nur sehr empfehlen, wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, monumentales Meisterwerk, wirklich drei Stunden, aber jede Minute lohnt sich. Das sind Szenen dabei, die vergisst man ein Leben lang nicht. Ja, 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 vor allen Dingen, also was ich da auch beschreibe, dass diese langen Suche nach dem richtigen, nach der richtigen Erde, um eine Glocke zu bauen, also eine Glocke, jetzt muss man ja also die Erde finden, indem man die dann, mein Gott, ich bin kein Techniker, aber das ist ja die Hülle, wo man dann also den Guss macht, ja. Und die Erde muss so sein, dass sie hält und dass sie gut hält und dass sie, nur dadurch wird die Glocke zum Klingen gebracht, ja. Aber gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit, glaube ich, sonst könnte ich noch ganz viel davon erzählen. In der Tat, aber noch ganz kurz, zumindest über Schrei und Flüstern, Ingmar Bergmann, das ist ja wirklich etwas Besonderes, Sie haben ja vorhin auch so ein wunderbares Heftchen mitgebracht, Sie haben ihn erlebt in einer Jury und er hat tatsächlich einen Film von Ihnen in so einer Art Karl Blanche von sich mit aufgenommen, die bleiernde Zeit. Was war das denn für eine Ehrung für Sie, das zu hören, wenn Sie ihn auch drehen haben? Naja, also ich meine, er war mein absoluter Meister, sehr lange Zeit und ich kenne alle seine Filme und auch heute noch, denke ich, sehr, sehr, sehr oft an ihn. Aber wir waren zusammen, er war ja der Präsident der European Film Academy am Anfang, zusammen mit Wim Beners, aber die beiden haben sie also ins Leben gerufen. Er war der Präsident und hat zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal, war er auch Jurypräsident für die Filme, die für die Eva ausgesucht wurden. Und da hat er sich seine eigenen Jurymitglieder ausgewählt. Und da hat er also Jean Moreau und Deborah Kerr und Angelopoulos und Susu Ceguidamico, also die große Szenaristin von Visconti und mich, auch dazu geholt. Und dann, während wir zusammen waren, hat er mir eines Tages gesagt, dass er meinen Film Die Blei eine Zeit so gut findet und dass er ihn gesehen hätte zu einem Zeitpunkt, wo er selber in einer Krise gewesen sei und dass ich ihm Mut gemacht hätte, weiterzumachen. Danach hat er Fanny und Alexander gemacht, ja. Und ja, er sei also wirklich fast soweit gewesen, alles aufzugeben. Und ich habe gedacht, naja, das ist sehr nett, dass du mir das so sagst. Weil er sehr freundlich war zu uns allen und ich dachte, er will mir Mut machen und dass ich da in der Jury mich wohlfühle mit ihm und so weiter. Und drei Jahre später fragt ihn also das Festival von Göteborg, er möchte Carte Blanche für sie machen und seine Lieblingsfilme oder die Filme, die ihn irgendwie in seinem Leben beeindruckt oder bewegt oder geholfen haben und da hat er eine Liste von elf Filmen gegeben und ich war die Letzte auf der Liste, also mit pleine Zeit. Und da habe ich dann begriffen, dass er es wirklich ernst gemeint hat, ja. Und das, na klar, das ist eine Eins in Abitur. Mit Sternen. Eine Eins mit Sternen. Das ist ein wunderbares Schlusswort zu diesen acht Filmen, zu dieser Carte Blanche in Zartbitter, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, jetzt geht es gleich weiter mit Hannah Arendt. Wollen Sie uns noch vorher was mit auf den Weg geben? Auch so Carte Blanche, das sehen Sie mal ganz ohne meine Begleitung und ich komme dann zurück und dann bin ich ja da und kann alles beantworten. Ganz herzlichen Dank, Margarete von Protter. Vielen Dank. Vielen Dank.